okay ich wurde gebeten mal schnell zu reaktionsgleichungen zu kommen die sich mit säuren beschäftigen nehmen wir zu anfang ein einfaches beispiel wir sagen mal einfach wir stellen kupfersulfat her also erstes beispiel wir nehmen kupfer das ist zweiwertig und dieses kupfer lassen wir mit immer ein bisschen platz lassen wegen ausgleich platz hier mit h2so4 also salzere reagieren auch dass wir kupfersulfat herstellen cu so4 und dabei entsteht auf jeden fall wasserstoff der entfleucht so ich habe jetzt ganz bewusst erst mal cu so4 hingeschrieben erster schritt wir gucken mal das macht man bei säuren am einfachsten indem man sagt man guckt mal wie viel wasserstoff ionen sind dann in einer wässrigen säurelösung enthalten danach richtet sich wie viel wertig in diesem fall dann negativ denn wasserstoff ionen werden positiv das wären also hier zwei mal plus zweimal positiv und hier heißt das dass dieser säure rest sagt man zu dem anhang dazu dass der zweifach negativ wertig ist zweifach wertig aber negativ naja jetzt ist es einfach wir gehen auf kupfer gucken uns an zwei wertig auch zwei wertig dann muss das so bleiben denn kupfer ist zwei wertig in diesem fall und der säure rest so 4 ist auch zwei wertig also können wir das so lassen jetzt müssen wir trotzdem ausgleichen jetzt müssen wir mal gucken wir schauen erst mal so 4 so 4 einmal h2 h2 entfleucht das ist wunderbar kupfer ist jeweils nur einmal da sind eigentlich schon mit dem ausgleichen fertig hier muss also nichts hin hier an die stellen das brauchen wir nicht ich nehme das mal wieder weg so zweites beispiel wir schnappen uns magnesium im allgemeinen auch zwei wertig und lassen das reagieren mit salzsäure hcl ich lasse jetzt mal alle allen schmuck hier dass das in wasser gelöst ist und so weiter lasse ich jetzt erst mal weg nur es geht rein um diese reaktionsgleichung ohne schickimicki mal frech gesagt so jetzt gucken wir wieder achtung hier steht eine stille 1 die schreibt der chemiker ja nicht hin also muss dieser säure rest einwärtig sein das habe ich ein strich zu viel auf der falschen stelle gemacht gut das heißt mit anderen worten wenn ich hier drüben mg und cl habe und das wieder wasserstoff entfleucht da muss ich hier gucken magnesium ist zwei wertig das heißt zwei wertig positiv in diesem fall chlor ist einwärtig negativ naja dann sagt jedes chlor ion ich gehe mal an ein magnesium ion wenn ich mir hier magnesium vorstellen dann fehlen hier auf der äußeren bahn zwei außen elektronen und jeweils ein chlor lagert sich dementsprechend an so sieht so was aus und deswegen kann ich das hier relativ schnell machen also magnesium zwei wertig und dementsprechend die chlore die chlorionen sind einwärtig also schreibe ich mg cl2 jetzt muss ich wieder gucken beim ausgleichen geht ja allgemein los jetzt schauen wir mal nach mg cl2 nach h2 auch noch na gut das passt aber wenn ich jetzt überlege dass ich hier man geht im allgemeinen erst mal vom salz wieder zurück und sagt ich habe hier zwei chlor ionen beim mg cl2 stehen dann schreibe ich hier einfach mal zwei vor denn hier sieht man dann dann heißt das zweimal das heißt ja immer ich wiederhole nochmal zweimal das ganze molekül also zweimal htl zwei mal h sind da das ist hier hinten der fall zweimal cl da das ist hier der fall das funktioniert ganz gut wir sind dann mit dem ausgleichen fertig die rote klammer naja ich lasse mal stehen drittes beispiel ich habe mir mal ganz schnell was überlegt wir nehmen mal beryllium beryllium ist ein spannendes element einfach mal bei wikipedia nachlesen das lässt sich einiges tun beryllium lasse ich jetzt auch wieder mit salzsäure mit schwefelsäure reagieren und es muss also ein be und dann ein so 4 dieser säure rest die müssen da sein ich komme gleich dazu wie die dann wieder gebildet werden und wasserstoff entfleucht das ist im allgemeinen so wenn relativ unedle metalle mit säuren reagieren dann steht im allgemeinen wasserstoff das ist nicht so wenn ich metalloxyde reagieren lassen denn dann das lässt sich schon fast überlegen metalloxyde ich schreibe das mal einfach schnell hier ein o hin dann kann dieses o was von dem metall abgespalten wird sich hier hinten ausgezeichnet mit dem wasserstoff zu h2o verbinden das so kann man sich das vereinfacht vorstellen das geht am einfachsten also das ist jetzt aber nicht unser gegenstand sondern wir lassen jetzt mal nur säuren reagieren mit rein metallen so wir wollten jetzt noch mal gucken man guckt im tafelwerk irgendwo auf irgendwelchen periodensystem nach und guckt und sieht aha beryllium steht in der zweiten hauptgruppe ist also zwei wertig na das ist das gleiche wie bei kupfer und dieser man sieht hier wieder am ha an der menge der wasserstoffionen die dann in der wässrigen lösung existieren dass das hier zwei wertig sein muss der so ist so wie oben beim kupfer auch und demzufolge kann ich sagen dass zwei werde ich positiv dass zwei werde ich negativ das kann ich so lassen hier muss ich nichts dazu schreiben wasserstoff entfleucht wir gucken mal wieder so 4 ist da so 4 ist da einmal beryllium komme ich dann drauf h2o h2 passt keine ausgleichung nötig das vierte beispiel was ich mir überlegt habe ich nehme beryllium wieder und lasse das mal mit einer anderen säure und zwar mit phosphorsäure reagieren h3po4 ist die phosphorsäure so ich schreibe jetzt wieder erstmal beryllium und den säure rest dahinter po4 plus und wasserstoff wird wieder entfleuchten da werden wir dann sehen jetzt können wir uns erst mal hier um diese verbindung das ist wichtig wir sehen aha drei wasserstoffionen also ist der säure rest in diesem fall drei wertig negativ schön drei wertig negativ beryllium aber zwei wertig positiv das ist erscheint ärgerlich aber wer sich die anderen videos angeschaut hat mit aluminium und sauerstoff da hatten wir es ja auch mit unterschiedlichen werten wertigkeiten zu tun da macht man folgendes dann sagt man ja gut das ist im prinzip wie eine art über kreuz multiplizieren ich mache es mal in blau dahinter dann fällt es besser auf ich schnappe mir diesen säure rest klammer den ein und sage mir wenn der drei wertig ist dann kann ich doch sagen ich hänge hier einfach mit zwei dahinter die gehört dann als auch in schwarz dazu hin zu der formel ich hänge zu dem säure rest den klammere ich ein hänge zwei daran dann heißt das zweimal diesen säure rest und hier schreibe ich einfach eine 3 da hinter hinter spirellium gucken wir mal drei mal zwei wertig ist 6 2 2 mal drei wertig ist auch 6 6 6 passt die wertigkeiten passen zueinander ich gehe jetzt nicht auf die moleküle ein das habe ich schon in anderen videos getan jetzt müssen wir uns allerdings noch mal gedanken machen jetzt haben wir erst mal rein weg schematisch das beryllium phosphat hergestellt aber jetzt müssen wir die gleiche noch ausgleichen erster schritt wir gucken mal wir haben hier drei beryllium das ist ein ganz schön viel das sind ganz schön viele aber die können wir ja ausgleichen jetzt wäre das thema durch jetzt haben wir aber hier zwei mal den säure rest dann heißt das letzten endes wir müssen uns darum kümmern hier eine 2 davor schreiben halt ich mache das noch farbig ich mache das mal so wir schreiben hier hier vorne dreimal beryllium dazu jetzt mache ich so ein dunkelgrün wir haben hier zweimal diesen säure rest dann schreiben wir hier eine 2 davor jetzt stimmt das beinahe und jetzt kann man sagen dreimal beryllium links rechts passt zwei man säure rest zweimal ich erinnere wieder in klammern gesehen nämlich ja alles mal zwei also habe ich zweimal säures und ich habe zweimal drei wasserstoffatome das mache ich jetzt in was nämlich für eine farbe ja aubergine jetzt gucke ich noch und sage das hier ergibt sechs stück 6 h dann schreibe ich hier noch eine 3 davor noch mal kontrollieren dreimal 2 ist 6 6 habe ich hier zweimal den säure rest habe ich hier und dreimal beryllium habe ich hier das passt also man kann im allgemeinen bei der ausgleicherei grundsätzlich so vorgehen bin ich in anderen dingen schon vorgegangen ich mache das mal ein bisschen allgemeiner anhand dieser beryllium geschichte mache ich das mal so wenn ich metall also ganz allgemein jetzt allgemein kann man wie folgt sagen man wenn man ein metall und eine säure reagieren lässt ich schreibe mal die säure so als wasserstoff und und säure rest wenn ich das so reagieren lasse dann steht daraus im allgemeinen ein metall metall salz und ja metall salz ich möchte am liebsten gar nicht schreiben ein metall und säure rest das ist also ein salz säure rest nennt man im allgemeinen auch salz und es entsteht entfliehender wasserstoff und zwar molekular deswegen schreibe ich h2 dahinter so wenn das so geht schaut man nach nach der wertigkeit wie viele habe ich hier die wertigkeit des säure restes lässt sich also bestimmen danach wie viel wasserstoffatome da dran sind wertigkeit hiervon einfach bloß gucken was steht hier drin und dann gucken und dann überlegen dann muss der säure reste sein und dann weiß man ja die wertigkeit des säure restes diese wertigkeit und bei metall schaut man ganz einfach nach ähm ähm perioden system und guckt seine wertigkeit nach das heißt hier diese wertigkeit des metals die muss dann hier mit dem säure rest ausgeglichen werden wenn ich das habe hier am beryllium zum beispiel dass sich das gut darstellen wenn ich das habe dann muss ich notfalls den säure rest einklammern und entsprechend multiplizieren also hier irgendwas ranschreiben also eventuell einklammern den säure rest und etwas ranschreiben was dann die entsprechenden äh ausgleichszahlen betrifft und dann bin ich eigentlich schon durch dann habe ich äh das so hergestellt und dann kommen die allgemeinen regeln dann gehe ich immer von diesen von diesen größten molekülen aus nämlich hier auf der rechten seite und versuche das dann erstmal mit der säure zu klären und eventuell auch mit dem ausgangs edukt hier drüben entstehen produkte hier vorne sind edukte ähm mit dem ausgangs edukt äh metall und wenn ich diese wertigkeiten dann alle äh wenn ich diese ähm ähm moleküle und ähm ähm Ionen alle ausgeglichen habe dann äh kümmere ich mich zum Schluss dann nochmal um den Wasserstoff das geht dann relativ fix um das nochmal so darzustellen mache ich das nochmal anhand von einer anderen Reaktion das wäre jetzt zum Beispiel ich las äh Eisen in diesem Fall Eisen kann ja mehrere Wertigkeiten haben in diesem Fall lasse ich es mal dreiwertig sein und ich nehme dazu ähm HNO3 also entsteht ein Nitrat Pardon ähm so das heißt also ich schreibe erstmal wieder FE mein Metall und den Säurerest mit ein kleines bisschen Lücke weil ich ja hier entsprechende Zahlen wahrscheinlich hinmalen muss hier meinen Säurerest dazu und ich schreibe auch dazu dass wieder mal Wasserstoff entfleuchten wird molekular wohlgemerkt immer so und wenn ich jetzt meine Salpetersäure ne die nitriert das Eisen wenn ich die mir schnappe dann geht's los ähm dann schaue ich erstmal Eisen ist dreiwertig hier aber weiß ich weil hier nichts steht dann muss das wohl ein hatte ich in einer anderen Farbe muss das wohl einwertig sein dieser Säurerest hier von hier bis hier ne immer das H abgespalten gesehen so wenn das hier also einwertig ist aber das Eisen ist dreiwertig naja gut dann äh bleibt mir nichts weiter übrig als zu sagen drei ein Eisen schnappt sich drei Säurereste also mache ich wieder meine Klammer schwupp und schreibe ran einfach eine 3 jetzt habe ich wenigstens schon mal das Salz fertig gebildet wenn das gestimmt hat jetzt kümmere ich mich von hier ausgehend von der rechten Seite ausgehend um ähm den anderen Kram ähm jetzt ist das so eine Sache jetzt müssen wir erstmal gucken wir haben also dreimal einen Säurerest also schreibe ich hier jetzt mache ich diesen Säurerest mal grün damit man so wie im vorigen Beispiel dreimal einen Säurerest das heißt ich kümmere mich darum dass ich auch hier drei Säurereste auf der linken Seite das sind keine dass ich hier auch ähm eine 3 davor schreibe wenn ich das habe hm dann stehe ich vor einem nächsten Problem dann sage ich naja das ist aber vielleicht ein bisschen ungünstig jetzt habe ich hier dreimal H hier habe ich aber eine gerade Anzahl ach naja machen wir es wie vorhin machen wir es auch wie bei Aluminium machen wir es wie bei allen solchen Reaktionen wenn ich ungleiche Wertigkeiten und Anzahlen vorliegen habe dann sage ich naja ähm wenn ich hier eine 3 davor schreibe ne ich mache das in einer anderen Farbe wenn ich mal äh hier eine 3 davor schreibe vor das H H2 habe ich jetzt plötzlich 6 Wasserstoffe ne und macht nichts dann schreibe ich hier eine 6 hin jetzt zählen wir erstmal den äh diesen ganzen Rest und kümmern uns zum Schluss ums Eisen mal sehen was passiert ich habe 6 mal Wasserstoff ich habe hier rechts 6 mal Wasserstoff das passt nochmal ich kann ja oft genug drauf hinweisen 6 mal alles ne 6 mal Wasserstoff ich habe auch 6 Säurereste ach ich habe ja hier nur 3 ja das macht nichts das ist im Prinzip gar nicht schlimm dann schreibe ich also hier eine 2 davor denn 2 mal das Gesamtmolekül alles die roten Klammern wie gesagt nicht schreiben das macht man nicht aber ich die äh zur Verdeutlichung habe ich die nochmal gesetzt 2 mal 3 solche Säurereste sind 6 Säurereste passt jetzt habe ich aber hier 2 mal Eisen naja dann wird uns das nicht weiter äh erschrecken dann schreibe ich hier noch ein 2 davor und dann müsste alles stimmen dann habe ich also nochmal gucken 2 mal Fe ja 2 mal Fe 6 mal H 6 mal H 6 mal Säurereste 2 mal 3 ist 6 6 mal Säurereste passt jetzt könnte man alle möglichen Reaktionen noch hinschreiben ach naja ich weiß nicht ob sich das jetzt lohnt ähnliche Prinzipien des Ausgleichens oder des Herstellens von irgendwelchen Verbindungen die lassen sich eigentlich auf alles anwenden äh deswegen mache ich an der Stelle jetzt mal Schluss ich hoffe es hat geholfen und ich hoffe die Anfrage ist damit ausreichend beantwortet äh nochmal ich bin eigentlich kein Chemielehrer hauptberuflich sondern ich mache Mathe und Physik das ist mein Fach aber ich gehe gerne auf Anfragen ein und ich sage es auch nochmal obwohl ich es geschrieben hatte äh solche Anfragen wenn ich es kann beantworte ich es aber nicht Hilfe wir schreiben morgen eine Arbeit ich habe auch sehr viel zu tun und muss das irgendwie auch in meinen Zeitplan immer mit reinkriegen ich helfe zwar gerne aber alles geht nicht immer sofort und äh auf Abruf gut hoffentlich hilft es ich wünsche gutes Gelingen beim äh üben der Gleichung also nochmal äh auch für alle die die das noch keins dieser Videos gesehen haben man macht immer hier an der entsprechenden Stelle hier drückt man selber die Pause Taste und gleich dann aus probiert es dann aus und guckt dann erst wieder na was hat der Olle Köhler denn da erzählt hat denn das bei mir geklappt oder ach ja ich habe was vergessen oder nein ich hab's na dann kann man es immer hier an diesen Stellen schön Pause drücken dann kann man wunderbar diese ganze Sache üben theoretisch könnte man jedes äh beliebige Metall mit jeder ähm Säure also jetzt bitte keine Edelmetalle Gold geht zum Beispiel gar nicht ähm man kann es mit unedlen Metallen machen und sich einfach eine Säure dazu schnappen die es so in den bei den anorganischen Säuren gibt es geht auch mit allen anderen Säuren ähm die Ausgleicherei kommt immer aufs gleiche raus also gutes Gelingen jetzt ist Schluss